Willkommen zurück. Wir haben jetzt endlich den Koop-Modus freigeschalten und ja, mal schauen, was uns da jetzt erwartet. Wollen wir uns irgendeine Tiere? Brunnenbaumflor, ja. Innerhalb des Soosgebiets. Ich glaube, wir müssen hier ein paar Leute umbringen, kann das sein? Oder Brunnenbaumflor. Ist das jetzt ein Vogel oder was ist das hier vorne? Was? Hier sitzt irgendwas auf dem Boden. Jäger oder was? Sehst du nicht, ne? Ah, okay, jetzt sind wir hier. Ach, das ist so ein Vogel, ja. Wo man fliegen kann, oder? Ja. Hast du die Frage bisher letztes Jahr? Ne? Reise zum... Stimmt. Könntest du mir denn irgendwas machen? Halt! Komm nicht näher! Ne. Sie ist nicht deine Partnerin! Au! Oh, da schlägt mich! Da muss ich doch schon mit dem reden. In Etu. Dein Egran ist schön. Meine Somme, kein Wind ist zu stark, keine Prüfung zu schwer. Wir jagen mit dem Herzen im Einklang. Bist du hier, um uns zu bewundern? Das verstehe ich gut. Nein, ich... Ich suche nach Etu. Andere Clans kennen mich. Selbst Verlorene. Lass mich raten. Nevika hat dich geschickt. Sie will, dass ich lehre. Langweilig. Sicher zu Hause. Den Kindern von Abenteuern erzählen. Sie verstehen es nicht. Was bedeutet Sicherheit, wenn man nie in Gefahr war? Somme und ich beherrschen den Himmel. Mit klopfenden Herzen. Mit allen Sinnen. Das macht uns starren. Furchtlos. Die besten Jäger. Ja, ich wundere es, dass es doch jetzt schon kommt. Du jagst Sturmbiests. Darf ich mitkommen? Darauf bist du also aus? Kannst du überhaupt jagen? Wurde mir nie beigebracht. Nie beigebracht? Was hat dein Volk all die Jahre gemacht? Gibt es ein Land ohne Jagd? Ein Land, in dem sich die Kreaturen einfach zum Sterben hinlegen? Siehst du das? Junge Jäger üben zuerst das Ziel. Übe. Oder die Sturmbiests werden dich jagen. Also schon erstmal üben, hm? Schwerer Bogen. Schwerer Bogen. Okay. Schwerer Bogen. Ja, der muss ausrüsten. Ach ne. Ganz normale Bogen, aber... Schwerer Bogen. Freigeschalten. Ja, der muss ausrüsten. Bogen. Ja, der muss ausrüsten. Bogen. So, jetzt gucken ein Bogen Fanta. Ja... Guck. Jetzt wirds ausgerüstet? Ach... Wie wird 4? Ich muss ausrüsten. Ah, okay. zumindest triffst du ein unbewegliches ziel nicht schlecht dann ist ein dank wenigstens berechtigt mein dank meinst du das ernst was haben deine leute dir beigebracht wie hast du gelebt geschichte wenn ich das hören wollen würde wäre ich zu hause jedes mal wenn du ja nimmst du ein leben daher musst du ihnen für ihre gaben dank wenn sie zur großen mutter zurückkehren ich sehe dich dein geist geht ein körper bleibt um uns zu nähren danke für diese gaben so kann sie zu den ahnen emporsteigen gut merke dir das und verschwende die gaben nicht die gaben genau die haut das fleisch du weißt was du damit tun musst wird es dir zeigen weiter jetzt du brauchst mich nicht als beschützer ja gut in qualität ok jetzt mein mal einmal vor uns zurück alles klar Oh cool Wie hast du denn den schweren Bogen ausgerüstet? Du schickst gerade den Bogen, ne? Du drückst hier die Menü-Taste und dann hast du hier unter der Stromwaffe den schweren Bogen. Und dann musst du halt Viereck drücken und musst den eben auswählen. Du musst dafür den langen Bogen entfernen. Und die Schwachstellen siehst du wie? Mit dem Fokus an und dann? Genau mit dem Fokus ja. Also mit der R1 und dann leuchten die ja so auch immer so orange. Oder so ne gelb, orange sind die Gegner und gelb leuchten die Typen auch. Die Schwachstellen. . . Ich glaube, das andere ist schon noch gewesen. Ich zeige es ihr. Du da. Komm. Mach schnell. Bitte. Oh, was du nicht sagst. Oh, jetzt zieh da rein. Kannst du schnell reisen? Ja, kann ich. Warum? Weil alle Spieler in der Nähe sein müssen. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja. Du würdest um das Rezept betteln. Wow. Hm. Das ist nur ein Scherz. Sie sagte, du wärst der beste Koch. Das Kind ist charmant. Und Ehrlichkeit von Nevika. Das klingt nach ihrer Strategie. Sie glaubt, mit Schmeicheleien erreicht sie alles. Komm, komm. Der Grießkram läuft nicht weg. Wenden wir uns nun ernsthafter Kunst zu. Edoa verdient auch Unterstützung. Oh. Was du nicht sagst. Ja, das sage ich. Du beehrst mich also endlich mit deiner Anwesenheit? Du weißt doch, wie sehr ich dein Essen mag. Was hat euer Heimatbaum? Wie du rumkletschst. Edoa sagte, dass er leidet. Ah. Die Kinglor sind unruhig. Wir kümmern uns um sie. Seit die Blüten geschlossen sind, aber du siehst so viele. Gatnat möchte, dass sich Edoa nur ihnen widmet. Aber ich glaube, das Kind tut schon, was es kann. Pass gut auf. Gatnat sollte sehen, dass du noch immer Navi-Fertigkeiten besitzt. Und ich will das auch. So, was stellen wir jetzt mal her? Gatnat bringt alles wieder in Ordnung. Das tut er immer. Gut. Jetzt zeig Gatnat, wie du deine Farben mit unseren vermischst. So wie dein Volk einst. Hab keine Angst vor ihm. Er wird laut, aber er weiß nicht. Ich komme gleich nach. Hm. So wirst du auch nicht schwitzt hier, wenn wir machen können. Ach ne, ja. Was machen wir? Was machen wir? Wir haben nichts. Wir haben den Boden. Wir brauchen Wurzeln. Okay. Hier oben ist. Erst. Linker Langbogen. Okay. Ausrüsten. Schon wieder? Wie konnten sie es schon wieder zerstören? Wir sind keine zankenden Sessua. Das sollte Etua wissen. Bist du ein Jäger? Kannat ist so unbeugsam wie Stein. Zieh dich ruhig um. Sammlungstraum. Sind hier Schilder dran, was der Sammlungstraum ist? Oben wahrscheinlich. Das Gefühl würde viel bewegen. Ich bin besorgt. Du solltest es auch se- Warte auf Verbündeten. Wenn du doch mal netter mit etwas Rindenfruchtsaft zu mischen. Gepresst. Oder mit Fruchtfleisch. Immer gepresst. Aber verwende eine ganz Reife. Sonst sind die Ginglor nicht begeistern. Komm ich denn hier hoch, ey? Baum, Treppe ist ja hinten. Kannst du Schnellreise anfordern? Nee, Warte auf Verbündeten. Steht ja gar nicht. Er kämpft gegen sie. Doch er braucht Hilfe. Deshalb bist du gekommen. Du stehst in unserem Heimatbaum. Selbst du, ohne Volk, musst seine Wärme spüren. Und ich soll den Krieg hierher holen? Nein. Sie bringen Krieg. Bitte! Wir Aranahe möchten keine Kämpfe. Aber du willst uns hineinziehen. Hm. Weißt du noch deine Familie? Kaum. Mutter. Ihr Lächeln. Ihre Wärme. Hast du sie sterben sehen? Hat sie gelächelt, um dich zu beruhigen? Hast du Evas Licht in jemandem erlöschen sehen? Du hast richtig Eindruck hinterlassen. Katna ist sonst unerschütterlich. Bitte sei vorsichtig. Ich wollte ihn nicht verärgern. Kopf hoch. Stattet im Wipfel des Heimatbaums einen Besuch ab. Die Zeig ist zurück. So, jetzt müssen wir hoch. Genau. Jetzt muss ich das erste Mal. Warum? Hä? Ja, im Spiel jetzt. Du hast dich selbst übertroffen. Das Fleisch war so saftig. Warte, wir müssen hier hoch. Und diese süße Beerenkruste. Ja, ja. Perfekt gebacken. Wir sind ganz schön abgekürzt. Bei Horizon gab es da auch so einen Torf, ne? Mhm. Aufgebaut, wo? Ist er mir richtig? Nein, wir müssen nur eins hier. Okay. Schöne Sonne. Ikram. Ja, Ikram brauchen später noch. Was ist denn das schon wieder? Ja, das ist Vogelvieh. Achso, das ist ein Vogel. Ist das der Boy hier? Ja. Die Kinglor sind unruhig. Der Regenwald war einst ihre Heimat. Die Himmelsmenschen haben sie verjagt. Ist nur dieses Nest übrig? Ja. Ja. Und der Heimatbaum wird schwächer. Durch die vielen Kinglor hier. Ach. Sie. Wie die Königin sie umsorgt. Sie beschützt. Sie ist die geborene Führerin. Es wohnt ihr inne. Sie weiß, wo sie hingehört. Sie weiß, wo sie hingehört. Morgens gepflegt. Für sie gesungen. Ach. Ihre Liebe war genug. Keine Sorge. Sie tun nichts. Die Kinglor sind friedlich. Aber bei Gefahr werden sie wild. Ihr Stich schmerzt und sie greifen im Schwarm an. Auch wir müssen stechen. Etu. Wo ist er? Dein Vater sucht nach ihm. Er ist nicht hier. Wir müssen zu Katnath. Nein. Geh nicht allein. Suchen wir ihn gemeinsam. Das Volk braucht seine Zeit. Hier. Ich werde das regeln. Lass mich mit ihr gehen. Eine Hand wäscht die andere. Bleib hier, wo du gebraucht wirst. Wo ich hingehöre. In die Küche. Bei den Waldquemen ist ein Jägerlager. Sicher beginnt wie Philo dort ihre Suche nach Etu. Oh. Clan Kunst. Zwei von fünf. Dann können wir uns dann Zeug kaufen. Echt? Na ich glaube ja. Ich denke eher das. Dass wir dann wahrscheinlich Unterstützung bekommen. Wahrscheinlich müssen wir die überzeugen. Wahrscheinlich mal gucken. Na ja meine Freunde. Mit dem nächsten Video. Äh mit der nächsten Mission. Machen wir das nächste Video weiter. Bis dahin.